Hey Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 1, heute mit Max. Wie auch die letzte Folge. Sag mir nicht, dass du schon voll bist. Äh, doch. Hä? Ach komm, dann leg ich mich an mich selber an Flugzeug, mir egal von dem halt. In der Kack-Map. Und wir, äh, sind mal auf der guten Map der Sinai. Hä? Das ist mit Abstand die schlechteste Map mit, nach Suez. Ich mag die Map eigentlich. Warte mal. Stimmt, ich hab ja noch den, äh, Bomber ausgewählt, wo ich gegen, äh, Fahrzeuge gut bin. Ist mir jetzt grad aufgefallen. Oh, und das war's mit meinem Flügel, Rippflügel. Double kill. Äh, 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 äh. Wo kamst du denn her? War ein bisschen knapp. Hopp. Ja. Vor allem, ich kann mich nicht viel wehren, weil mein Flügel hin ist. Oh, ein Sniper schießt mir an, krass. Oh, schon wieder ist der Flügel hin. Mann! Oh, wieder Double kill. Hahaha. Als ob, ich kann doch gar nicht fliegen. Oh, Gott, mich verfolgt was Dickes. Ja, mich zwei kleine Dinger. Alter. Alter, ich lande jetzt, Mann. Ich auch. Nee, ich schaff's nicht mehr. Bin tot. Weiß auch noch nicht mal, was auf mich schießt. Was hat denn da? Ja, genau. Was? Ja, genau. Ein kleiner Hügel macht mein Flugzeug komplett weg. Äh, vorhin ist mein, äh, 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 Flügel kaputt gegangen an einem Felsen, äh, der eigentlich zwei Meter unter mir war. Na, ist doch geil. Los, komm, wir brauchen ein Flugzeug, weil ihr könnt hier nichts am Boden ausrichten, da sterbe ich eben bloß. Natürlich hab ich die Panzerung getroffen. Oh, Gott, das ist ein Jass. Marcel, wo bist du? Bei D. Hör dich ab. Oh, bist du schon tot? Ich hol dich, Marcel. Ich leb noch. Dein Rettungskommando kommt. Bleib, warte, ich kann doch nicht. Ich hab hier noch Stress mit dem Panzer. Wenn du beim Fenster deine Panzerbüchse hinlegst, dann kannst du durchsniper. Ich hab keine Panzerbüchse, ich hab Dynamit. Oh. Das ist ein Panzerabwehrkit. Panzer ausgeschalten. Aim nicht vorhanden, easy. Fahrzeug zerstört. Ich bin zwar dabei gestorben, aber ich hab das Fahrzeug zerstört. Aber scheiße. Ich hab natürlich Schamila vierter bin. Ja. Ruhig, Brauner. Ich hol dich noch auf. Ja, warum? Ja. Könnt ihr ja. Weil ich bin nicht so geil. Ja, das kann ich bestätigen. Wow. Das von dir. Was soll das denn jetzt heißen? Oh Gott, mit dem hab ich ja gar nicht gerechnet. Oh Gott, das sind ja viele. Wir haben Objektiv, Duck. Da, da. Nein, nein. Bei A waren fünf Leute, ich glaub das war ein komplettes Squad. Wir haben Objektiv, Edward. Ja. Wenn du den Flugzeug hast, sag Bescheid. Ich hab keins. Was, du hast eins? Ich hab keins. Ich hab mich grad umgebracht wegen dir. Danke Marcel. Ich hab dich extra für dich umgebracht. Ja, schön für dich. Äh, liegt da grad ein Angriff Flugzeug von uns und ein Angriff Flugzeug von dem du wirst verfolgt von Jagdflugzeug. Keine Ahnung, ich bin tot. Ja. Ist das nicht. Du wirst auch nur auf dem Minimap-Kette. Ich hab wenig Leben, lalalala, ich hab wenig Leben, lalalala. Ja, wow. Genau. Erzähl aus deiner Mutter. Ich hab ihn grad ein halbes Mal vom Heck geschützt, vom Bomber gegeben. Er hat nur Schaden gekriegt angeblich. Oh, war dich schon fertig. Eine enemy horse, Junge. Ein enemy Panzer. Zwei enemy Panzer. Ich hau ab. Ohne mich bitte. Oh Gott. Ja, ich war gerade vorhin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich war gerade vorhin in der Assassin's Creed. Einmal so wie in der Assassin's Creed, wenn du vorunterspringst. Dieser Adler. Ja. Dieser Adler-Geräusch war gerade. Der ist ja gut, Leute. Der ist ja gut, Leute. Der müsste mich nicht mit Baby und Munition vollstopfen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. gameplay was gibt es denn einen schlechten gameplay wenn man erster ist da kann man kein schlechtes gameplay haben ich sag mal so es hätte besser sein können wow wow was bitte kommt zu mir egal wo du bist egal ob du flugzeug oder was auch immer kommt zu mir schnell bin unterwegs jetzt bin ich ja mal gespannt extra für die aufnahme kann sein dass ich vorher sterbe ist mir egal ich wurde von unserem fahrzeugkampf mit ihr umgelandet gute position ja das haben wir doch fällig oh gott gibt gas er hat gas fallen lassen das schwein er steigt nicht ab erst mal das fährt hinterm baum was auch immer das fährt hinterm baum will wenn ich da fest kann man mal die pferde klasse spielen nein ich wollte ein flugzeug haben ja tschuldigung nein weil ich in einem anderen bombe eigentlich bin ich hab einen freundschützenplatz gekriegt von daher ja doch gut dann kann man mich ersetzen äh 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 warum das ist passiert ich hab dich nur abschützten sehen ja er ist einfach warum auch immer ausgestiegen neuer klassenrang erreicht weiß darf ich mal einen platz und guten drei und bei dir ist eh wieder nichts frei doch ich bin komplett frei ja jetzt gleich nicht mehr bestimmt bin bei mir noch eine sekunde bis zum spawn ist einer ist drin aber es hinten drin oh wow oh obzu den 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 schade MEDAL Leute! Mein wieder 86 Schaden gemacht. Gut, ich glaube die schaffen es die einzunehmen. Irgendwas schießt du auf uns? Irgendwas dickes? Das ist ne Sniper. Mehr nicht. Oh, jetzt ist es was dickes. Ja, ich hab's den aber... 100 Punkte oder so gekriegt für den. Hat da nichts kaputt gemacht, aber... Punkte sind immer gut. Wieder getroffen. 6 Schütze wär gut. Ja, in der Tat. Möchtest du dich nicht opfern? Nein, ich opfer mich nicht mehr. Ich geh nicht ein einziges Mal mehr da hinten rein. Jetzt hab ich gut gespottet. Ich würde eigentlich nicht mehr C anfliegen, aber... Was wenn's was? Als ob du wieder nichts hast. Ich hab einen angezündet und der wurde dann gekillt. Ich hab keine Bomben bereit. Jetzt hab ich. War glaube ich aber zu spät. Ich hab keine Bomben bereit. Nein, ist ja am wegschützen. Ja, ist ja am wegschützen. Ja! Bei uns ist ein Jagdflugzeug, aber dahinter ist ein Jagdflugzeug von uns. Irgendwie finde ich die Folge gerade ein bisschen komisch, oder die letzten zwei Folgen, weil wir reden kaum noch irgendwie. Wir sind voll ruhig. Hä, wir sind immer an Battlefleet ganz ruhig. Ja, das ist doch langweilig. Ja, ich kann ja wieder mit Flame anfangen. Nee. Dann lieber ruhig. So. Metal, Leute. Als ob der ist, danke. Bitte. Aua. Das wird C3 Skid, hab ich mir nicht bekommen. Aua. Aua. Junge. Du hast ihn auf Panzerabwehrkitten an. Nein, das ist immer noch ein Sniper. Hä? Aber ein Sniper macht doch keine 8 Schaden. Mit K1-Geschoss. Oder wenn er gut trifft. K1-Geschossen braucht nicht 8 Schaden. Keine Ahnung, wie viel Schaden er macht. Juckt mich nicht. Ich weiß nur, dass er mich anschießt. Und ein Scheißab-Panzerabwehrkit, der wird bestimmt schon über 20, 30 Schaden machen. Ich glaube, wir müssen gleich raus, wenn ich den jetzt nicht treffe. Habe ihn getroffen. Ja. Ja. Als ob wir das überlebt haben. Als ob ich den mit der Flak getroffen habe. Easy. Klar. Easy. Ich habe schon die Hoffnung aufgeben. Du bist doch der beste Pilot und hast den besten Freundschützen. Und einen scheinbar sehr guten Heckschützen. Wobei hier auf der Map geht es sogar, weil hier gibt es relativ viele Flugzeuge. Ja, da macht auch hinten der Sitz Spaß. Ja. Und es macht viel Spaß, hier Bomber zu fliegen, weil man hier viele Ziele hat, die man mit Bomber anfliegen kann. Außer B. Obwohl B in manchen Fällen auch geht. Ich würde sogar sagen, ey, hier macht es wahrscheinlich sogar Heckschütze mehr Spaß als die Frontschütze, weil ich habe einfach gar keine Arbeit gerade. Jetzt sehe ich keine Soldaten auf dem Boden. Ich sehe auch nicht viel. Gott, dann referieren wir mal. Peter, Sniper, treff uns nicht. Ach, warum? Alter, ich hasse Sniper. Ich war ja verlocken aber auch immer, so drauf zu schießen. Seckschütze ballert einfach die ganze Zeit. Ja klar, ich soll doch machen. Alter, der eine Sniper zieht schon wie auf uns. Oh Gott sei Dank, der hat verfehlt. Ich habe den Schuss sogar fliegen gesehen hinter uns. Das können knapp werden mit dem Berg. Nee, passt schon. Ach, easy. Hä, ich war hier noch nie. Und das hier? Na, ein Berg? Hier, zur Not landen können. Irgendwie schon, ne? Irgendwie landet das da zu einem zu landen. Irgendwie landet das zum Einladen ein. Nein, zieh hoch. Nein. Okay, ist doch ein bisschen glücklich. Hallo, surprise, what the fuckers. Hahaha. Oh, das ist Sniper schon wieder. Ja, ich sehe auch gar nichts. Oh ey, da muss es besser werden. Aua, 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 au. Jetzt rennt immer wieder ein. Ich werde gerne mal wissen, wo die ganze scheiß Sniper sind. Ich werde gerne wissen, wo alle... Wir werden fast abgestürzt, nur so. Ja, hab ich gesehen. Und dachte so, was machst du? Ich hab nicht erwartet, dass ich so tief bin. Mann, wie viele Gegner haben. Doch auch. Glaubst du, meintest du das nicht mit Gegnern? Nein. Raus. Ich krieg's nicht mehr raus. Nein, 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 nein. Gut, jetzt ist der Motor hin. Ja, ich muss jetzt eine Notlandung riskieren, sonst bin ich weg. Hier ist alles so ungünstig. Hier ist eigentlich ganz gut. Äh, kann hier mal wieder Boden kommen? Bitte? Ja. DG, Battlefield-Programmierer. Hä, wir wurden angeblich abgeschossen. Hat uns grad unser... Wir wurden gesniped. Nee, nee, nee. Echt, wurden wir gesniped? Ja. Bei mir war unten ein KI-Geschosse. Bei mir nicht. Doch. Und der, wo da grad geschrieben hat, Idiot, äh, war das unser Heckschutz? Keine Ahnung. Weil ich würde jetzt behaupten, dass ich nicht so scheiße geflogen bin, bloß unser letztes Manöver war ein bisschen schief. Aber die andere Frage, was hätte ich machen sollen? Penfly? Fragezeichen? Warte, da fragt. Wenn ich jetzt ernsthaft meinte, dann sei ich behindert. Na, ist doch nicht so, als hätte ich schon so viele... Oh, Gott. Ich hätte gleich einen Panzer gehabt. Oh, vergessen wir auch zu klicken. Wenn ich auf den Chat schaue. Nein! Weil die andere Frage... Das andere wäre gewesen, die Sniper hätten uns auch im Flug holen können. Weil du weißt, wie weit die Sniper-Schüsse vorhin gingen. Ne? Ich gucke gleich in der Aufnahme. Walla, 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 walla. Easy. Easy, Panzer geholt. Ja, neues. Das ist noch irgendwo ein scheiß Pferde. Pipi. Da ist der tot. Ich gucke mich mal in Ruhe. Nein, warte, Moped. Danke. Als hätte er es gehört. Da kommt, scheiß Flammenwerfer. Ey, ich habe dem den meisten Schaden gemacht. Bin noch dran gestorben und kriege keine Hilfe. Also keine, äh, du weißt schon, Hilfe. Bist du, haben wir ja eigentlich fast alle Punkte verloren, wenn ich mal fragen darf. Weil die Gegner gut sind. Alter, zweite Bezüge. Alles klar. Ja, genau. Wie ist der so schnell da hochgekommen? Ich bin jetzt. 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 Du bist Ferdinand. Du bist der Tanker. Es geht weiter. Oh, da hat jemand's Hals geschluckt. Aber es war nicht der. Es ist ein anderer. Weil es ist ja nicht so, dass wir am Gewinn sind. Ja, wir haben halt momentan wenig Ziele und werden dadurch jetzt auch langsam Punkte verlieren. Wie, mein Freund. So nimmt eigentlich niemand A ein. Ja, ist gar niemand. Ich habe gerade B angenommen. Weil ich dachte, A wird schon eingenommen. Ja, nehme ich jetzt ein. Weil ich ein Pferd genommen habe. Weil kein einziger ist zu A gegangen. Seit 10 Stunden. Mein Pferd wird bestimmt gleich geklaut. Hach, damit hast du nicht gerechnet. Nein, der leichte Panzer hat unseren Landchip besiegt. Ja. Das ist ein Schatz schlechtes. Beziehungsweise. Kommt drauf an, welche Variante es ist und hat keine Beifahrer. Ja gut, aber er war halt wirklich schnell tot. Weil ich habe ja geholfen, dass das Ding weg geht. Hot Splits hat meiner gerade gesagt, mein Soldat. Nein, oh Mann, da war noch einer. Oh Mann, Junge. Der Pferd, das war es doch mit meinem Pferd, die Nand. Äh, 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 äh. Ja. Wie? Jetzt ist gerade mein Pferd sind. Das ist... Dolph doch, Pferd! Hä? Er hat wieder null Schaden gekriegt, obwohl ich ihn dreimal getroffen habe. Ich wollte gerade sagen, als ob du einen Landschip genommen hast. Dann habe ich erst gesehen, dass es jemand anderes ist. Ich hole dich, ich hole dich. Was ist das denn? Rechts? Nö. Doch. Oh, da ist ein großes fettes Ding. Ja, den habe ich gerade noch angezündet. Den habe ich noch abgestochen. Nice, ich bin auch gleich tot. Au! Natürlich, oh, Alter, war das knapp. Oh, der ist ja hier drin. Hab ihn. Ich dachte, das ist alles safe. Äh, nein. Ja. Alter, Revolver ist echt krass. Wenn man sich ja immer mit dem eingespielt hat. Ja. Danke, Medic. Aua, heiß. Als ob da noch ein Sniper stand. Da kommt ein leichter Panzer. Hä? Genau, ihr wartet am Feld geschützt, dass da einer vorbei läuft, oder was? Was ist das für ein Nacken? Was ist das für ein Nacken? Ich hätte ja immer das Feld geschützt. Oh, ich kämpfe ja mal. Nein. So, und da wurden wir schon mal überholt von Punkten, sehe ich gerade so. Ne, echt krass. Wie überraschend. Ja, weil so viele Sniper spielen. Na, Mann, ich wollte gar nichts machen. Ja, ich habe gerade hier. Hä? Der ist untreffbar. Wie viele Medics kommen hier denn? Der ist untreffbar. Und dann kam ein leichter Panzer. Ich habe den wieder fünfmal getroffen. Das ist derselbe. Hab den keinen Schaden gemacht. Der hat doch an. Alter, wo kommen die denn alle her? Einer von den Gegnern hat an. Der kriegt keinen Schaden. So ein zweites Mal jetzt, wenn ich auf ihn geschossen habe. Habe ihn safe getroffen. Wenn er keinen Schaden gekriegt hat. Und nicht gestorben wäre, okay. Kann passieren, aber gar keinen Schaden. Ja. Da kam gerade voll die Masse. Mal mit ner mal erfahren. Jetzt lauf doch mal, du scheiß Pferd. Ich sollst rennen. Hallo. Ne. Huhu. Mal laufen, hallo. Danke. Wird wie so ein dummes Vieh, ey. Sollte einfach mal das zu machen, was ich will. und natürlich gibt da natürlich gibt da mit einem schuss den pferd und mieren ich habe einen flammenwerfer bitte nicht sterben im auto ja deswegen habe ich mit dem ich will einfach nur so heil zu c kommen jetzt gleich panzerabwehrmine erreicht er kommt aus dem stand nicht marionetten gar nicht nicht also für dieses match wirklich noch verlieren ja und abzuregen hey ist ob der einfach daneben steht wenn ich einen wiedervernehmen will um nichts zu machen genau springen aus den fans daraus ich bin ja im 360 du mein willst du nicht vor mir das wäre wieder so total unverdient wäre dann schaffst du bestimmt noch in den letzten fünf punkten noch vor mir zu kommen nein hätte ich die beiden gekillt hätte ich es geschafft aber ich habe keinen luck gehabt ich habe noch schnell wieder verlebt extra dritter naja gut damit bedanke ich euch zuschauen wir sehen uns das nächste mal wieder bei battlefield 1 und tschüssi tschüssi die 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 Vielen Dank.